Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen Nachrichten von Tichys Einblick am Dienstag, 22. Oktober. Das Bundesinnenministerium hat schon wieder gegen Rechtsanwalt Steinhöfel und das Nachrichtenportal News verloren. Das Ministerium muss News mitteilen, gegen welche Journalisten es im Jahre 2022 mit einem Unterlassungsbegehren vorgegangen ist. Auch muss das Innenministerium offenlegen, aus welchem Grund es die Berichterstattung beanstandete. Dies entschied der 6. Senat des Oberverwaltungsgerichtes Berlin-Brandenburg am Montag und gab damit dem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung von News statt. Hintergrund war eine Anfrage von News an sämtliche Bundesministerien. Die Journalisten um den früheren Bild, Chefredakteur Julian Reichelt, wollten wissen, ob und wenn ja, wegen welcher Äußerungen seit Amtsantritt der Ampelregierung, gerichtliche oder außergerichtliche Unterlassungsbegehren gegen Medien oder Journalisten geltend gemacht wurden. Damit wollte News herausfinden, ob ein generelles und bisher unübliches neues Phänomen vorliege, dass der Staat verstärkt gegen mediale Äußerungen vorgehe, oder aber ob nur bestimmte Journalisten, wie etwa die von News, im Fokus stünden. Unter anderem hatten das Bundesentwicklungsministerium, das Bundesinnenministerium und die sogenannte Antidiskriminierungsstelle von Ferda Attermann versucht, Berichterstattung oder Überschriften von News gerichtlich zu untersagen. In anderen Fällen weigerten sich dieselben Stellen, den Journalisten von News Auskunft auf Presseanfragen zu erteilen. In sämtlichen Gerichtsverfahren bekam News recht, die Bundesregierung unterlag. Vertreten wird das Portal durch den Hamburger Rechtsanwalt Joachim Steinhöfel. Das Gericht äußerte sich außerdem inhaltlich in seiner Begründung. Dass die Bundesregierung mithilfe externer Anwälte gegen regierungskritische Berichterstattung vorgehe, sei ein neues Phänomen, an dem großes öffentliches Interesse bestehe, stellten die Richter fest. Mit der verpflichtenden Auskunft des Bundesinnenministeriums könnten sich Hinweise ergeben, ob die Bundesregierung gezielt gegen bestimmte Journalisten vorgehe und ob sich daraus ein Muster ableiten lasse. Rechtsanwalt Steinhöfel gewann im Jahre 2024 bereits 14 presserechtliche Verfahren gegen verschiedene Regierungsstellen, zum Großteil im Auftrag von News. Darüber könne man sich als Anwalt freuen, so Steinhöfel gegenüber Medien, oder man könne als Bürger fassungslos sein angesichts der Kaltschnäunzigkeit, mit der diese Regierung die Rechte der freien Presse rechtswidrig ignoriere. Der erste parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frey, hat sich Forderungen von BSW-Chefin Sarah Wagenknecht an die thüringische Landes-CDU verbeten. Als geradezu absurd bezeichnete Frey die Forderung Wagenknechts, in die Präambel eines möglichen Thüringer Koalitionsvertrages unter Beteiligung des BSW ein Nein zur Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland aufzunehmen. Mit ihren Forderungen habe Wagenknecht sozusagen aus dem Off in diese Verhandlungen hineingegrätscht und die Verhandlungen in Erfurt torpediert, so Frey am Montag gegenüber den Sendern RTL und NTV. Bei ihren Interventionen in den Bemühungen zur Bildung einer thüringischen Landesregierung aus CDU, BSW und SPD habe Wagenknecht vor allem die bundespolitische Profilierung ihrer Partei im Blick. Dies sei schäbig, dass man sozusagen mit solchen parteitaktischen Überlegungen das Wohl der eigenen Partei, der eigenen Personen über das Wohl des Landes stelle, indem es jetzt darum gehe, eine stabile Regierung zu finden. In Thüringen sei es den drei Parteien gelungen, bei den Sondierungen über alle relevanten landespolitischen Fragen Einigkeit zu erzielen, sagte Frey. Die außenpolitische Frage der Raketenstationierung gehöre nicht in die Landespolitik. Auch die CDU Thüringen kritisierte das Rheingrätschen Wagenknechts. Ihre Forderungen würden immer abenteuerlicher, schrieb der Landesverband auf X, dem früheren Twitter. Und weiter, als CDU Thüringen würden wir mit den Vertretern des BSW in Thüringen reden und sind dabei auf einem guten Weg. Diesen werden wir in den kommenden Tagen im Interesse Thüringens fortsetzen, am besten ohne weitere unnötige Wortmeldungen aus Berlin. In Thüringen hat das BSW sich zuletzt zu Koalitionsverhandlungen mit CDU und SPD bereit gezeigt. Vorausgesetzt, es kommt zuvor zu einer Einigung zu den umstrittenen außenpolitischen Forderungen der Wagenknecht-Partei. In Baden-Württemberg sollen ab April im kommenden Jahr 18 Notfallpraxen schrittweise geschlossen werden. Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg hat am Montag offiziell bestätigt, dass sie die Zahl der Notfallpraxen in Baden-Württemberg reduzieren will. 18 Standorte sollen geschlossen werden. Die Pläne waren bereits zuvor bekannt geworden. Umgesetzt werden sollen die Schließungen schrittweise ab April 2025. Als Grund dafür nannte die Kassenärztliche Vereinigung den Personalmangel unter den niedergelassenen Ärzten. Man habe schlicht und einfach ein Personalproblem, so Carsten Braun, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung. Wenn man die Versorgung im Land verantwortungsvoll aufrechterhalten wolle, müsse man sich auf die Regelversorgung fokussieren, also auf die normalen Praxen. Gegen diese Pläne hat sich bereits ein breiter Protest von Ärzten, Landräten und Bürgermeistern sowie Landtagsabgeordneten formiert. Am Montagmittag demonstrierten vor dem Gebäude der Kassenärztlichen Vereinigung in Stuttgart mehrere hundert Menschen gegen die Schließungspläne. Von den 18 Notfallpraxen sollen allein 10 im Raum Karlsruhe und Stuttgart schließen. Der Marburger Bund und Gesundheitspolitiker von SPD und FDP sprechen von einer Katastrophe. Kommunale Vertreter hätten zu der Demonstration in Stuttgart aufgerufen. In betroffenen Städten wurden Busfahrten in die Landeshauptstadt organisiert. Der Gesundheitsminister von Baden-Württemberg, der grüne Manne Lucha, sagte, Es sei richtig und zukunftsweisend, dass die Kassenärztliche Vereinigung ein neues Standortkonzept vorgelegt habe. Wir müssen ehrlich sein zu den Bürgern und ihnen reinen Wein einschenken, so Lucha. Ohne Veränderungen gehe es angesichts knapper werdender personeller und finanzieller Ressourcen nicht, so der grünen Politiker in einer Mitteilung. Nachdem er und die seinen Steuergelder mit vollen Händen zum Fenster hinausgeworfen haben. Und jetzt heißt es wundern, huch, die Kasse ist ja leer. Ab Sonntag können Reisende nicht mehr mit der Lufthansa von Frankfurt nach Peking fliegen. Für die Gesellschaft ist die Verbindung zu teuer geworden, auch weil sie den russischen Luftraum umfliegen muss. Die Deutsche Lufthansa stellt ihre tägliche Verbindung von Frankfurt in die chinesische Hauptstadt Peking ein. Zum Winterflugplan von diesem Sonntag an werde die Strecke aus wirtschaftlichen Gründen temporär nicht mehr bedient, so eine Unternehmenssprecherin. Die Gesellschaft biete aber weiterhin über das zweite Drehkreuz München eine tägliche Direktverbindung nach Peking. Auf dieser Strecke setzt die Lufthansa mit dem Airbus A350 ein moderneres Flugzeug mit geringeren Kerosinkosten ein. Aus Frankfurt kamen zuletzt ältere A340 zum Einsatz. Hintergrund der Streckenstreichung ist die starke internationale Konkurrenz. Der Lufthansa-Konzern hat vielfach den ungleichen Wettbewerb mit Anbietern aus China, der Türkei und dem Persischen Golf beklagt. Die Airlines aus diesen Staaten profitierten von niedrigen Standortkosten, geringeren Sozialstandards und hohen staatlichen Investitionen in den Luftverkehrssektor. Zudem dürfen sie im Unterschied zu westlichen Gesellschaften weiterhin den Luftraum über Russland nutzen, sodass sie kürzere Routen fliegen können. Frankreich hat angekündigt, ab dem 1. November Grenzkontrollen an allen Außengrenzen der Republik durchzuführen. Betroffen sind damit die Grenzübergänge zu Spanien, Belgien, Luxemburg, Deutschland, Schweiz und Italien sowie den zwei Kleinstaaten Andorra und Monaco. Dies teilte die französische Regierung der Europäischen Kommission mit. Grund für die Grenzkontrollen sind Sicherheitsrisiken wie Terrorismus, irreguläre Einwanderung und Gewalt im Zusammenhang mit Migration. Zunächst ist diese Maßnahme bis zum 30. April 2025 befristet. Sie betrifft Land-, Luft- und Seewege sowie den Reiseverkehr etwa in Zügen zwischen Frankreich und seinen Nachbarn. Auch irreguläre Grenzübertritte am Ärmelkanal, also dem Seeweg zwischen Frankreich und dem Vereinigten Königreich, sollen unterbunden werden. Dort sei es, etwa in Dünkirchen und Calais, immer wieder zu gefährlichen Situationen gekommen, in die sowohl Migranten als auch Strafverfolgungsbehörden verwickelt seien. Die Europäische Kommission schreibt vor, dass Grenzkontrollen zwischen den Mitgliedstaaten lediglich zeitlich begrenzt stattfinden können und verhältnismäßig sein müssten. Derzeit haben acht der 27 Länder der EU irgendeine Form von Grenzkontrollen eingeführt. Eine leichte Kaltfront überquert heute Deutschland und sorgt vor allem in den Niederungen für Nebel und leichte Nässen. Am Nachmittag könnte es weitgehend aufklaren, die Temperaturen 20 Grad im Osten in der Lausitz, 13 bis 16 Grad in den übrigen Landesteilen. Dort, wo sich die Sonne durchsetzen kann, wird es ziemlich sonnig und mild und trocken. Und nun zum Energiewende-Wetterbericht von Tichys Einblick. Gestern Mittag benötigte Deutschland eine elektrische Leistung von 71 Gigawatt. Die konventionellen Kraftwerke sorgten für knapp 25 Gigawatt Leistung, die Photovoltaikanlagen für knapp 19 Gigawatt und die Windräder für knapp 16 Gigawatt an elektrischer Leistung um 12 Uhr mittags. Um 19 Uhr abends war der Bedarf an elektrischer Leistung auf 60 Gigawatt gesunken. Von den Windrädern kamen etwa 7,5 Gigawatt an Leistung um 19 Uhr. Die konventionellen Kraftwerke wurden auf knapp 36 Gigawatt hochgefahren. Und wieder mussten erhebliche Mengen an Energien importiert werden. So über 9 Gigawatt um 18 Uhr zu einem Preis von 222 Euro pro Megawattstunde. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichyseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen. rivers指ken mit 2000 40 80 90 80 80